Schwangere Kandidatin Anni, Bachelor Daniel war geschockt Damit hat er wohl nicht gerechnet. Es ist endlich soweit, Daniel Wülz macht sich bei der Bachelor auf die Suche nach seiner Traumfrau. 22 Kandidatinnen kämpfen um die begehrte letzte Rose, doch eine Dame machte bereits im Vorfeld Schlagzeilen. Anni soll während der Dreharbeiten schwanger gewesen sein und diese Neuigkeit musste der Rosenkavalier selbst erst einmal verdauen. Ich wusste davon nichts und sie ja, glaube ich, auch nicht. Ein Schock ist es auf jeden Fall gewesen, verriet der gut aussehende Singlemann jetzt im Promiflas-Interview. Hat Anni also auch erst nach Drehschluss von der Schwangerschaft erfahren? Die blonde Münchnerin war berichten zufolge angeblich bereits zu Beginn der Aufnahmen im dritten Monat. Wie selbst betont, käme er damit als Vater ja auf keinen Fall in Frage. Jetzt, wo der Schock etwas nachgelassen hat, sieht der 32-Jährige das Ganze entspannter, das ist einfach ein klarer Beweis dafür, dass das Leben manchmal andere Pläne hat. Ob es vielleicht zwischen den beiden gefunkt hat, behält der Hottie aber noch für sich. Vielleicht entspricht Anni ja seinen Vorstellungen? Wie seine Traumfrau sein muss, weiß dennoch Single nämlich ganz genau, ich wünsche mir eine offene, ehrliche, direkte und auch selbstsichere Frau. Außerdem soll seine Herzdame offen für Neues sein und mit beiden Beinen im Leben stehen. Könnt ihr Daniels Reaktion verstehen? Stimmt ab. Alle Infos zu der Bachelor im Spezial bei RTL.de Also im Foto von der Bachelor im Spezial bei RTL.de